Widukind von Covey war ein bedeutender sächsischer Geschichtsschreiber. Leben Eventuell ist Widukind aufgrund der Namensgleichheit ein Nachfahre des sächsischen Herzogs Widukind, des Gegenspielers Karls des Großen. Widukind trat vor 942, noch unter Abt Volkmarie, in das Benediktiner Kloster Covey ein. Nach der älteren Forschung wurde angenommen, dass er mit 15 Jahren ins Kloster eingetreten ist. Sein Geburtsjahr wurde deshalb um 925 angesetzt. Nach anderer Meinung ist Widukind als Knabe von sechs bis acht Jahren in die Chorweiherliste eingetragen worden. Daher wird sein Geburtsjahr auch auf etwa 933,5. datiert. Vor seiner Sachsengeschichte hatte Widukind andere Schriften verfasst, die jedoch verloren sind. Im Kloster schrieb er 967 bis 968 die Sachsengeschichte des Widukind von Covey in drei Büchern, gewidmet der Tochter Otto C. Mathilde, der ersten Äbtissin des Stifts Quedlinburg. Otto I. dürfte Widukind etwa 28 bis 30 Mal gesehen haben. Sachsengeschichte Die Sachsengeschichte besteht aus drei Büchern. Jedes Buch hat eine Vorrede. Die Vorreden sind zugleich Widmungsschreibungen und an die Äbtissin Mathilde gerichtet. Das erste Buch der Sachsengeschichte berichtet über die Frühgeschichte des sächsischen Stammes bis zum Tod Heinrich C. Punkt. Das zweite Buch schildert die Ereignisse von der Königserhebung Otto C. bis zum Tod seiner ersten Gemahlin Echithe. Das dritte Buch reichte ursprünglich nur bis in das Jahr 967, wurde dann aber von Widukind noch bis zum Tod Otto C. fortgeführt. Prägend für Widukinds Geschichtsdenken und sein Werk wurde der Einfluss des römischen Geschichtsschreibers Salust. In seinem Werk überlieferte er die Stammsage der Sachsen und gab zugleich das lebendigste Zeugnis für die Zeit Heinrich C. und Ottossi, wobei letzterer den Schwerpunkt seines Werkes bildet. Widukind ist durchdrungen von der Größe und Bedeutung des Sachsenstammes in der Vergangenheit und seiner zum ostfränkischen Königtum aufgestiegenen Herrscher seiner Zeit. Hagen Keller hat in der Sachsengeschichte die biblischen Bezugspunkte herausgearbeitet. Nach Keller sind die Reden, die in der Sachsengeschichte die Könige Heinrich und Otto vor dem Ungarnkampf führten, an den Makabeerbüchern orientiert. Widukind lässt zentrale Ereignisse wie die Kaiserkrönung Ottossi in Rom 962 die Gründung der Bistümer Brandenburg und Havelberg sowie die Gründung des Erzbestumms Magdeburg 968 unerwähnt. Trotzdem ist Widukinds Werk die zentrale Quelle für die früh-ottonische Zeit und der Geschichtsschreiber nimmt für die Zeit geradezu die Stellung eines Kronzeugen ein. Widukind wurde nicht nur für Fragen zu den Funktionsweisen des ottonischen Staates und der Gesellschaft herangezogen, sondern auch für Fragen und Themen zur Landesverteidigung, der Heeresorganisation sowie Gästen und Ritualen erforscht. Sein Werk ist wegen seiner stark prosächsischen Tendenz und einer Reihe zweifelhafter Aussagen aus spätem Rückblick in seinem Quellenwert höchst umstritten. Heftig diskutiert werden seine Aussagen zum Übergang der Herrschaft von Konrad I. auf Heinrich I. und zur Königskrönung Ottossi. Die genaue Abfassungszeit des Werkes ist seit langem umstritten. Die Kaiserkrönung Ottossi in Rom und die Gründung des Erzbestums Magdeburg lässt Widukind unerwähnt. Der daraus eigentlich zuziehende Schluss, diese Fassung sei vor 962 entstanden, passt nicht mit der Erwähnung anderer Ereignisse zusammen und wurde von Edmund T. Stengel endgültig zurückgewiesen, indem er das Konzept eines romfreien Kaisertums herausarbeitete. So ist auch der nie zum Kaiser gekrönte Heinrich I. für ihn Imperator und Otto I. Er hält diese Bezeichnung nach der siegreichen Schlacht gegen die Ungarn im Jahre 955. Kürzlich unternahm Johannes Laudage einen neuen Versuch zur Datierung und Intention Widukinds. Nach seiner Ansicht habe Widukind die Sachsengeschichte für Erzbischof Wilhelm von Mainz verfasst, als dieser noch gegen die Gründung Magdeburgs war. Also sei das Werk vor 965 entstanden. Als Wilhelm seine Meinung änderte, schrieb Widukind das Werk für die Kaisertochter Mathilde um. Widukinds Werk ist in fünf Handschriften des 11. bis 16. Jahrhunderts überliefert und wurde bereits im 10. Jahrhundert und auch später von zahlreichen Geschichtsschreibern rezipiert. Lange Zeit blieb das Bild vom gutgläubigen, fast naiven, jedenfalls aber unpolitischen Mönch vorherrschend, der kaum über seine Klostermauern hinausblickte. Ein Bild, das bis heute nicht gänzlich ausgeräumt wurde. Durch die große Bedeutung, die der Sachsengeschichte als Quelle zukommt, wird Widukind vielfach als geistig hervorragende Persönlichkeit gedeutet. 1950 vertrat Helmut Bäumann seine Sicht von einer stringenten historiografischen Konzeption, eines differenzierteren politischen Weltbildes und von politischen Zielen Widukinds, die auch vor einer subtilen Kritik des Herrschers nicht zurückschreckten. Ausgehend von der Tatsache, dass Historiografie nie unmittelbarer Niederschlag historischen Geschehens, sondern immer perspektivisch, wenn nicht tendenziös, Darstellung ist, fragte Bäumann konsequent nach dem geistigen Horizont des Verfassers, verstand Geschichtsschreibung als unmittelbarer Niederschlag der geistigen Auseinandersetzung des einzelnen Zeitgenossen mit dem historischen Geschehen. Für die Widukind-Forschung leistete Bäumann bis heute gültige Kenntnisse, da er die Quelle erstmals umfassend untersuchte und entscheidende Erkenntnisse über Darstellungsabsicht und Intentionen Widukinds gewinnen konnte. Bäumanns Arbeit ist im Hinblick auf Widukinds Erzählweise, Werkstruktur und politische Gedankenwelt bis heute grundlegend. Die moderne Forschung charakterisiert Widukind mit der doppelbündigen Bewertung Spielmann in der Kutte, da sich Fiktion und Realität in seiner Darstellung ununterscheidbar verwoben haben. Widukinds Schilderung der Königserhebung Heinrich Sieh löste durch die Frontalkritik von Johannes Fried aus dem Jahre 1993 eine Grundsatzkontroverse über die Leistungsfähigkeit einer Erinnerungskultur. Aus nach Frieds aus ethnologischen Arbeiten gewonnene These über schriftlose Kulturen passte sich die Darstellung des Geschichtsschreibers flexibel an, den Umständen des jeweiligen Ortes und Augenblickes an, in denen es erzählt wurde. Die sich dabei einstellende Sicht der Vergangenheit war mit der tatsächlichen Geschichte nie identisch. Nach Frieds Schlussfolgerung habe man mit der Sachsengeschichte ein fehlergesättigtes Konstrukt vor sich. Demgegenüber versuchte Gerd Althoff Widukind als Quelle zu retten. Nach Althoff waren die Freiheit zur Veränderung und damit auch zur Verformung sehr begrenzt gewesen, sobald es um Sachverhalte ging, an denen die Mächtigen ein aktuelles Interesse hatten. Beliebige Abwandlungen waren daher nicht möglich. Die Erwartungshaltung der Mächtigen führte freilich auch zu Schönfarbereien und Idealisierungen. Zum anderen hätten die zahlreichen Anekdoten, Träume und Visionen, die häufig in der ottonischen Historiografie Erwähnung finden, einen argumentativen Kern, mit dem Kritik an den Mächtigen geübt wird. Nach Althoff hatte die Sachsengeschichte den Charakter eines Handbuches. Nach dem Tod des Erzbischofs Wilhelm von Mainz 968 war Mathilde die einzige Repräsentantin des Ottonenhauses nördlich der Alpen. Die Sachsengeschichte sollte die junge Kaisertochter Mathilde mit den zeitgeschichtlichen Informationen versorgen. Nehme man den Charakter eines Fürstenspiegels für die Sachsengeschichte an, So würden sich für Althoff auch die Schwerpunkte des Werkes und die Auslassungen für die Aufgabenbereiche Mathildes nach 968 erklären. Althoffs Fazit lautet daher, der Kronzeuge ist vertrauenswürdig. Althoff konnte außerdem aus neuen Forschungserkenntnissen, wie etwa denen zur Memorial-Überlieferung und seinen Spielregeln zur mittelalterlichen Konfliktführung, Die wichtigsten Aussagen Widukins bestätigen Hagen Keller meldete grundsätzliche Bedenken an, die von der Ethnologie gewonnenen Forschungsergebnisse über mündliche Tradierungstechniken in fast schriftlosen Kulturen auf ein Autor wie Widukind, der literarisch gebildet war, übertragen zu können. Keller hat darauf aufmerksam gemacht, dass es 967, 68. noch Zeitzeugen gab, welche die Geschehnisse aus der Zeit Heinrichs wie miterlebt hatten. An ihrer Erinnerung konnte nicht vorbeierzählt werden. Bis heute bleibt es umstritten, ob in der Sachsengeschichte Vergangenheit fantasievoll mit Inhalten gefüllt worden ist oder eine wohl durchdachte Gesamtkonzeption vorliegt. Textausgaben Kritische Edition Paul Hirsch, Hans Eberhard Lohmann Widukind Die Monarchie Korbaensis Re rum gesta rum saxonica rum libri tre Hannover 1935 Punkt Übersetzung Albert Bauer, Reinhold Rau Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvey Punkt In Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit Fünfte Auflage Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2002 ISBN 978-315-007699-6 1-183 Schle Musik Vielen Dank.